die kostet schuld macht sagen eineinhalb leben weg vom kompletten dude da muss hängen die slot auch macht hat richtig hat der match und wenn du die ganze zeit drin stehen bleibst macht das genau ein leben weg und da die traps keine dinger ziehen eine shields direkt aufs leben gehen ich bin wieder da links ist so ein fenster nicht fragen ist jetzt wieder weg einfach ready und alles cool da kostet wenn du watson spielst spiel ich kostet weil die sich einfach so aber das ist wieder mein glück ich will über gerne watson und ich habe nichts für watson ich habe ein skin glaube ich den ich jetzt gerade habe und bald bekomme ich dann den geilen goldenen skin aus dem battle pack danach sind wir wieder die skins um die ohren geschehen müssen also ich habe eine goldene wurzelskin noch eine goldene wurzelskin das ist ja stimmt da war ja was da war auch mein einziges goldene skin genau das habe ich schon gut ich kann mich nicht beschweren ich habe für rave so drei goldene skins ja und ich bin gerade hart am sparen für meinen octane wohnen und skin welchen hülsen nach den goldenen also ja offensichtlich aber die goldfarben naja gut man sollte nicht so glück mit dem sport aber let's go weißt wer auch ein geilen golden skin hat aber das ist geil aber lane wer kostet du meinst den gelangen also den goldenen aber mit den goldenen aber schwarz er sieht halt so richtig böse aus hat er die augen von schwarz nein er hat eine goldene maske auf die augen von schwarz aus der er soll ich hoffe ich finde den anderen cooler der da ist muss man einmal schauen ich habe eine r ich habe mit finger sage ich auch schon wie eine franzose an ich habe eine erwornt der erwornt ich habe deine waffe das ist richtig die hätte ich gedacht ich habe ein bisschen danke genau die die habe ich dir gerade immer alles weggelootet ich glaube da sind lag ich habe ja ich habe gerade kurz im boost bekommen ich weiß nicht woher ich habe gerade kurz einfach ein movement da hinten alles vergessen weil das spiel gesagt hat dass ich das nicht habe ich habe halt wirklich einfach einen boost bekommen die sentinel ist halt die geilste was macht eigentlich der aussatz für die havoc und äh für die prauler und die für die 2020 und die mosambik gibt es auch einen waffenaussatz für was macht die eigentlich das ding habe ich halt überhaupt nicht auf dem schirm weil warum sollte ich das auf dem schirm haben das sind zwei für mich nicht existente waffen wo ich bin habe ich keine ahnung wo ich da so eine doppelte wer hat da ein schuss was macht denn die mosambik wer ist das rum pistole die schrubbpistole also mit der schrubb sind es mittlerweile gesehen nicht als pistole äh vielleicht einfach nur einen stärkeren schuss weil die sind ja beide nicht so stark mit dem schuss her ja gut schon ein 33er hit das gerät oh der ring ist wirklich ziemlich weit weg warum kann ich nicht absen nur weil ich auch so ein beides gedippst habe ich nehme den backpack ne d weil du fett bist arg weil ich fett bin weil er fett ist und er ist hier oh ja küss äh das hat auch löst hier unten ach so weil du mein ding ins rhein geschmissen hast wo bist du wo bist du bist du nicht doof ah da unten ach du schon johnny johnny hast du du hast äh was vergessen was denn uns teammates was johnny hat was vergessen johnny hat was vergessen warum hat johnny was vergessen ja uns mitzunehmen ach so ich war ja übel verwirrt phoenix kid hab ich gemerkt hast du schmerz ja 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 ich hab gar keins ich hab gar keins nix auch nicht oh mei was zwei da kann man auch einen abdrücken was sollte nur assi sein weil du mit dem backpack geklaut hast du wohl doch fett bist tschuldigung noch tja lass den quatsch oh da ich hab den faszster angeschossen du guckst mich eh nicht weil ich schnell und agil bin und hier ist noch ein rucksack äh habe ich schon lange lass den snap ausgap ja aber nicht für dich select fire aber ich werde jetzt die ganze keine probleme aber das ist nur noch eine tür drin gut aber auch mal die eine tür überlebt was geht denn bei denen falsch das waren drei mann team ja war es auch also dass du dich absprechen die gehen aber voll weil was stimmt denn mit euch nicht also aber wirklich was mir als zählte willst aber nicht alles korrekt heute sollte man einfach mal rein und so müssen viele da sind also was habe ich noch nie erlebt nachdem ist er jetzt nicht gestorben können wir immer wieder weitermachen warum immer kepsler was bist du am machen warum sind alle tot ich schreib mir gerade auf ich möchte nirgendwo hin wort nur schreiben na ich bin ready also korsisch welchen meinst du denn ja den ladebildschirm meine ich natürlich ne weihnachtsladebildschirm was macht ne weihnachtsladebildschirm ne ich hab alle achso na ich hab jetzt den neuesten reingemacht ne ich mach mal alle rein gala wenn du doch schreiben möchtest dann schreib und mach keine audios ja danke ne denk ich mir die auch immer ja ich sag aber nicht ich möchte schreiben ne ich sag ne 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 Du bist Jumpmaster. Ah ne, Titz Mountain. Hm? Titz Mountain. Titz Mountain. Okay, das hab ich auch jetzt verstanden. Titz Mountain. Woher willst du? Das? Wie nennen wir dieses Land? Hm, die Berge sehen wie Nippel aus. Ja, aber du kannst ein Land nicht Nippel nennen. Nennen wir es Nepal. So geil. Nennen wir es Nepal. Und deswegen bist du. Gott. Nennen wir es Nepal. Ah du Scheiße. 1, 2, 3. Unter uns. Ah ne, ist der Mate. 4. Oder das ist der erste Deliker ist. Was ist das? Okay, 4 bis 12. Keine Ahnung. Er klaut. Prowler hier. Nenn mich. Aber keine Waffe. Also keine äh. Mate ist tot. Und Horns. Wo sind die? Da links. Ja. 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 Warte Morgen. Das trifft mich jetzt ab. Wo sind die? Da links. Einer macht da. Ich kam rein. Oh, das macht ihm. Genau. Ich hab keine Waffen mehr für reinzugehen. Nicht einen cool getroffen mit der G7. Echt. Nicht schon. Oh, was hab ich denn jetzt im Auge? Hör doch auf. Ich schtze nicht. Ich habe hier ein Problem. Ich schließe mich. Ich schließe einen Reise. Ja, ich gehe. Ich schließe den Reise. Ich schließe. Ich schließe das. Ich schließe das. welchen skin ich meine ist costage third emperor den finde ich übel geil den? third emperor der unterste goldene bei mir hab ich nicht third emperor? der unterste goldene? ja bin ich behindert auf welchem schein bist du? ähm, findest du das der geilste? den black heart irgendwie geiler die mit augen verbunden finde ich sowieso kacke ich find's halt einfach schon am pusten, mit grün leuchtenden augen alter mein auge ist grad so empfindlich das ist gut alter hat's trend immer weiter ich hab grad gerieben, weißt du? und jetzt trennt das immer weiter wachtest du grad? dann geh ich ein rauchen und hat auch noch oder spiel ein spiel ist mir egal, ganz schwer hier zu gucken und weiter mit märchen schreiben naja bis gleich ähm... 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 was sind das für ein skin der ist ja richtig schnieke nordbäde heute eine nokia von während meckill gewesen ja ein bisschen zu wenig money dabei der champion ich bin der jumpmaster ich bin der jumpmaster aber nicht vor lange mein Freund ich bin der jumpmaster, ich werde dich nicht verlassen, außer wenn du fallst ha 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 wie ihr fuhr nie frisch das soll ja das soll ja wir sollten super arbeit tolle arbeit wir haben alle drei einen, das habe ich glaube ich noch nie erlebt 15er hit hey ich habe mir die gerät getroffen die gerät habe ich getroffen ich fühle mich wie die big boss was ich will kein andere Wort nehme ich sie jetzt nehme ich sie erst recht jetzt nehme ich sie erst dreifach recht ja damit nein er hat sie aufgenommen ihr schmucks Okay, dann auf jeden Fall noch mehr. Halt irgendein anderes Gerät noch Kostisch, der verkämmt sich jetzt in der Bude ey. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Rex Bugs! Das war jetzt auch eine Tortur. Ich schmeiß mich einfach ein großes rein. Das wird besser gerade als nix, ne? Das war doch okay. Oh fuck, die kriege ich nicht runter. Oh! 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 Here I go! Shield cell here. Barrel stabilizer here. Abit? Oh, forgotten me. I'm sorry. Light ammo here. R301 here. Syringe here. Dibs. Loseur. 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 Oh, einmal Fuhmache. Loseur. Da kommt da jetzt die fette goldene Röse drin. Ah. Body shield here. Level 2. Level 2 Wingman. Alles klar. Die haben den dicken Stuff. Ach, not a bitch. Wingman angepingt. Wie doof ist der denn? Gutεια. Loseurs. Loseur. 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 Dत. Den. Ich hab drei Phoenix Kids. I need an extended light mag. Hehe. Great. The ring is close. Less than a minute. Only 30 seconds left on the clock. The ring is close. Oh. Der erste ist schon mal irgendwo so alleine gestorben. Okay. Hex. Baseball. Baseball. We're not alone. Look over here. Ich kann wieder was kaputt machen, ey. Ja, super. Nein, ich habe das Spiel nicht gefallen, ich habe es gerade gespielt. Bullshit. Nein. Ich habe einen Devotion-Skin bekommen. Devotion-Skin und ein Killequip für Bangalore. Mein 3-trillionster Killequip für Bangalore. Ich spiele die alten nicht. Kannst du ein Zeichen machen? Nein, ich werde die auch nicht anpacken. Die ist ekelhaft. Die ist ekelhaft? Die hat kurze Haare, Alter. Was stimmt mit der nicht? Uff. Wer Champions darum ist? Wahrscheinlich. Deswegen fühle ich auch mir rasch, den männlichsten Mann aller Zeiten. Wer drauf steht? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Man, ich hätte jetzt an Rakan gedacht eher. Vielleicht dir da einen Counter irgendwie einen Spruch eindrücke. Weil wenn du Mirage nennst. Pff. Fuses setz und Kapazit zu verabschieden. Mehr als Mörder? Es war dein letzteres Leben. Also Leute, die auf gar keinen Fall auf Aussehen gehen, spielen Glatzenrave. Ja. Glatzenrave ist halt der schlimmste Skin im ganzen Game. Obwohl. Warte. Also ich sag jetzt nicht, dass er nice ist. Aber für Leute, die Krebs haben, könnte das vielleicht was anderes sein, weißt du? Glatzenrave ist weird. Ja, aber guck mal. Solltest du Krebs haben, Chemo, musst selbst Glatze tragen. Ich will mal dahin. Weißt du, dann fühlt sich vielleicht besser, wenn du Glatzenrave spielst. Ich würde ihn halt selbst nicht spielen, wenn ich ihn als einzigsten Golden Skin hätte. Ja, aber... Krebspatienten. Krebspatienten? Begründung, though. Krebspatienten. Ich kann deine Argumente dazu nachvollziehen. Weil es gibt ja auch Gibraltar, der schwul ist. So. Was? Gibraltar ist schwul? Das habe ich dir aber auch schon mal gesagt. Ja, er ist homosexuell. Oh Gott! Und du warst male? Wie gesagt, ich gehe nicht nach dem Aussehen. Das ist Bullshit. Oder nach dem, nach der, keine Ahnung, sexuellen Orientierung oder so. Ich glaube es gibt nur keinen lesbischen Chap, zumindest nicht von dem ich wüsste. Aber es gibt ja auch einen, der... Also es gibt wen der andersrum ist, Gibraltar. Es gibt einen, bei dem man es nicht weiß. Bangalore. Äh, Quatsch Bangalore. Ach gut, Bangalore können wir noch dazu zählen. Hast du eigentlich gerade Champion und Gegner gesehen? Ja, ich wurde drauf geschossen, war ein Revenant. Ja, ich werde auch wieder von irgendeinem Mappen Süd beschossen. Ich habe keine Muni, also packen wir. Ja, also wir springen alle nacheinander rein, ist das so eine Sache? Ja. Bald habe ich mich erschrocken, Ulle. Wie schnell bist du gequittet? Instant. Ist doch nicht... Dauert doch nicht... Ist doch nicht, äh... Dauert doch nicht lange. Du musst nur Leertaste und, äh, über Jahr habe ich nur nochmal Leertaste drücken. Warte, mach nicht, ich bin verpackt. Geh raus. Ich habe 99 Kills, ich will da nur noch einen Kill, seit drei Runden will ich nur einen Kill. Alter. Ich habe mich so hart erschrocken, ich glaube mein Herz ist kurz stehen geblieben. Ist gut. Also jetzt, ohne Scheiße, ich glaube wirklich mein Herz ist kurz stehen geblieben. Uff. Wirklich. Er kann starten, by the way. Weißt du, ich bin so am Lotenrennen, so in das Haus rein. Frag dich sogar noch extra. Als ich da reingegangen bin, stand einfach ein Gegner vor mir. Oh. Aber so... Nicht in der Ecke oder so, sondern instant vor mir. Mein Name ist Wraith. Und wir haben einen Job zu machen. Es sind nicht in der Auge. Not zuviel. Das ist die innere Intelligenz, der uns zu Begegnügen. High-Power-Weaponen, Low-Power. Wie geht's mit nichts, keine Macht? Aber wie geht's mit kein Kraft? Ist glaube ich... Ist glaube ich der... Nach Rivenand, na vielleicht auch vor Rivenand, man weiß es nicht. Der psychisch kaputteste Champion, im kompletten Game. Würde ich sagen. Okay. ja ich hab so ein video geguckt das hat eben sein trailer oder so da hat er einfach so weißt du so seine leute gehabt im biolabor keine ahnung oder war er hat das auch richtig eiskalt einfach so gezündet und die gestern gezündet weißt du der hat seine eigene männer einfach umgebohrt um zu gucken ob das gift wird noch klar braucht menschliche objekte brauchte weil wir fliegen durch den strahl schade ich erwarte dass wir anders raus springen er muss hier auf weg stecken vergiftet einfach seine also seine verbündeten so ein team das landet wo ist die hin sie meint dann ist eine glückige idee andere seite vom haus ok ich bin hier kacke gelandet ich habe keine waffe ich auch nicht ich habe eine waffe wo in dem haus renn dies getötet im haus sind ne auf mich, ich bin tot. Wiederbelebt. Hat Q gedrückt, wiederbelebt. Wo ist der? Auch unser Mate ist auch schon tot. Hier bei mir jetzt. Close. Sind ja wieder tolle Runden, die wir hinkriegen. Ja. Ist halt wieder random, ne? Nein, nein, nicht. Ich bin wieder verpackt. Bitte starte nicht. Wie ich auch 30.000 mal auf dieses scheiß Plus drücken muss, damit ich in dieses scheiß Menü komme. Das ist die ganze Zeit so ping, 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 ping. Du weißt, dass du unten rechts auf das Symbol klicken kannst, um in das Menü zu kommen, ne? Ja, ist genauso. Ich weiß nicht. Also wenn ich instant rausgehe, kann ich halt nicht instant wieder in das Menü reinladen. Es ist ein Free2Play-Game. Ja. Das ist ein cooler Mirage-Skin. Das ist aber nicht mehr available, oder? Oder ist das der normal lila, ne blaue? Das ist der blaue. Oder lila, ne, keine Ahnung. Ich sehe noch mehr blaues. Ja, nein, lila Gruppierung. Ist einer von den Ballers. Ja. Aber so wie der leuchtet. Ja, der 36er Champion. Wer hat sich da carryen lassen? Die. Doch wenn du, du willst heut auch nicht. Nicht? Hab schon mehrfach ausbildet, und es hat mehrfach nicht funktioniert. trust me you want to land over here weißt du was wir noch brauchen was denn ich weiß noch damals wo wir fortgleich gespielt haben diese zeit an die ich mich nicht erinnern ja da hatten wir immer eine rotation wie immer gemacht haben wohl nie ein gegner war okay weißt du nicht mehr die zeit komplett verdrängt kann ich mich noch übel dran verändern wir sind immer gleich gelandet du an einem großen sport ich an den kleinen habe den kleinen gelohnt und bin ins zu zum großen ganz übel aufgeteilt ich habe nicht geguckt auf die gegner sind und hier sind gegner hat eine waffe ich habe einen fehlergang mit p22 hatte eine fehlergang habe ich gerade auch gefunden wir sind hinter mir ich komme so schnell wie möglich zu dir bist du oben ja aber auf der anderen seite oben sind gerade die gegner ich sehe es runtergesprungen ich kann auch noch nicht schießen mit der flatline komm hier weg ich komme zu dir ich werde vom dach angeschossen kann ich zu dir auf dem dach würde ich mal schätzen der ist fast noch dann der gibralter man ich habe keine lust mehr ist das hoch der gibralter nein da hinten ist noch hier ist noch mehr close bei mir hier liegt eine nade vorsicht einer ist noch auf dem dach der wiederbelebt auch auf dem dach würde ich schätzen wir sind tot hier ist ein gegner ja ich bin gerade um Darum geht der Fight im Raum, wie rafft er sich nicht? Meine Fresse jetzt. Das ist Rave, man trifft sie nicht. Warum zwei Wege? Das ist eine Rave, man trifft sie nicht. Warum wieder zwei Squads? Waren drei Squads. Jetzt gebe ich dem Spiel noch eine Runde, wenn wir nicht instant verrecken, also wenn wir ein bisschen loten können und ein Squat töten ins Verein, aber wenn wir instant wieder verrecken, dann bin ich offline gespennen. Ich bin seit sechs Runden auf dem Weg zu meinem hundertsten Kid, ich krieg ihn nicht. Was ist denn für ein Skin, Alter? Halt die Schnauze. Du und ich, Friend. Kennst du den Skinall? Naja, keine Ahnung, sie sind eins oder so. Nein! Hat dein Energy umgeschmissen. Oder? Mhm. Auf meine Tastatur. GZ. Das wird schön kleben. Und der war auch noch randvoll, weißt du. Gerade aufgemacht. Geil. Ja, weißt du was cooles? Was denn? Was sehe ich gerade? Mein Mauspad ist komplett wasserfest. Alles gut. Mhm. Ja, irgendwo hinspringen, wo nicht viele Leute sind. Ich bin dran. Oh, Alter. Na, hier sind Gegner. Fuck. Ich muss jetzt irgendwie... Das ist eine blaue Rüstung, wo ich war. Ja. Was? Wieso habe ich meine... Oh. Was ist das? Nix. Ich habe nur wieder was weggeschmissen, was ich nicht wegschmeißen wollte. Ja, scheiß. Ich habe nur eine Schrotflinte. Fuck. Noch ein Squad. Oh. Oh. Ichных booster. Quad sedan. Ich bin zu öfter. Ich habe nur noch die Zelle genommen. Und dann müssen wir der Schrotzen nach oben. Ich habe nur die Zelle genommen. Ich habe einen Lockdown. Ich habe zwei Kills. Der ist oben, keine Ahnung. Ne, das war es. Da hinten ist noch einer. Ich habe zwei Kills. Reicht mir.